Hey, meine lieben Schlafsuchenden und natürlich herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Sailor Dream ASMR. Und heute habe ich mal ein Mick Scratching Video für euch. Dafür habe ich mir ein paar Trigger rausgesucht, inklusive einem neuen Trigger. Und ja, ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen wird. Also, let's go! So, meine Lieben, beginnen würde ich einmal mit diesen Holzkabeln hier. Die liebe Valerie vom Kanal Candlelight ASMR hatte mich mal auf diese Idee gebracht. Und das klingt echt richtig gut. Ich hoffe, ich gucke nicht wieder zu angestrengt. Ich habe das nämlich gerne mal, dass, wenn ich mich so auf die Sounds fokussiere, dass ich etwas angestrengt gucke. Also, ich habe das Video-otto-ottes Video-izeig gemacht. Also, ich habe das Video-otto-Titeln Knoten. Und dann hörst du auf den Kanal Knoten. So, meine Lieben. Also, ich habe das Video-otto-Titeln von Knoten. Das war's. Wie ihr eventuell letztens schon oder vorhin gelesen habt, habe ich ein paar neue Kostüme bestellt. Und ich bin so, so gespannt, wie ihr die so findet. Und ich hoffe natürlich, dass ich reinpasse. Okay. Kommen wir mal zum nächsten Trigger. Und dafür werde ich jetzt einmal den Pop-Shots abnehmen. Und zwar nehme ich mir jetzt diese niedlichen Hexenbesen im Mini-Format. Diese habe ich bereits öfter für Mic-Scratching-Videos benutzt. Und die kamen bis jetzt immer super an. Ich bin auch echt froh, dass ich es heute geschafft habe, ein Video zu drehen. Denn am Mittwoch habe ich es einfach nicht mehr geschafft. Schreibt mir später auf jeden Fall gerne nochmal in die Kommentare. Ich hoffe, dass ich es welcher Trigger euch am besten gefallen hat. Eventuell mache ich auch eine ganz, ganz spontane Premiere draus. Jetzt ist es noch eine Karte. Und jetzt habe ich auch noch eine Karte. Und jetzt habe ich noch eine Karte, weil ich dann noch einen Karte auf der Seite gehe ich. Und das war ich noch nicht. dass ich noch etwas zu tun habe. Und das war's, aber ich habe noch eine Karte. Und ich habe noch etwas zu tun. So, ich habe jetzt noch ein paar Hände, die ich habe. Trigger Nummer 2 So, als nächsten Trigger habe ich dieses Tuttekissen. Ich glaube, man nennt das so. Das klingt auch ziemlich gut, muss ich sagen. So, als nächstes Tuttekissen. Ich freue mich auch nachher so, so drauf im Bett zu liegen und meine Schierlieder-Serie zu gucken. Schaut euch die unbedingt mal an. Ich glaube, die heißt direkt Schierlieder oder so. Da gibt es mittlerweile zwei Staffeln von. Ich bin bei der zweiten Staffel jetzt bei Folge 2. Und richtig, richtig gut. Ich feiere das. Weil ich ja damals selber ein Schierlieder war. Und ja, da kann man sich halt sehr gut reinversetzen. Ich muss immer so aufpassen, dass ich den Mute-Button nicht aus Versehen drücke. Okay, dann machen wir mal weiter. Als nächstes habe ich hier diesen Körperschwamm für euch. Und ich finde, der klingt halt auch so, so toll. Aber ich bin jetzt schon wieder leer. Wir machen jetzt hier, ne? Aufpassen, es geht ihm dorth Mandeln nicht. Aber da주� Ich hatte auch überlegt, demnächst mal ein Schaum-Sounds-Video mit diesem Schwamm hier zu machen, denn wenn der so vollgesaugt ist mit Wasser und Seife, macht der richtig, richtig geile Sounds. Also schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr da mal Bock drauf habt. Morgen Nachmittag. Morgen Nachmittag mache ich erstmal eine kleine, ja, Reise, sag ich mal. Wir fahren nämlich nach Greifswald. Also, wer in Greifswald wohnt, Grüße gehen raus. Schreibt mir gerne mal, wo es da leckeren Töner gibt. Wir freuen nämlich morgen in Greifswald Döner essen. Okay, da der doch ziemlich redentisch wie der gelingt so ein bisschen, werde ich mal mit dem letzten Trigger weitermachen und somit auch dem neuesten Trigger in meiner Sammlung. Und zwar sind das solche Lockentwickler. Ich habe das schon bei mehreren ASMR-Tisten gesehen. Unter anderem ASMR schaut da auch gerne mal vorbei. Und deswegen dachte ich, ich muss das auch mal ausprobieren. Und ich glaube, Jasmin ASMR hatte die auch schon, wäre mir jetzt aber nicht ganz sicher. Nehmen wir mal zwei. Das ist aber jetzt wirklich gespannt. Klingt so, als könnte das einer meiner Favoriten werden. Und jetzt mal gucken, wie es sich am Mic anhört. Oh ja. Oh ja. Also ich fände es geil. Was sagt ihr? Ich war ja das gerade echt voll. Ich war ja. Aber warte. Ich war ja nur ein krösricht. Wenn ich Mutter welchebe廣 noted. Ich war ja nehm gar nicht. Ich war ja nur ein kröschen des Sandcíaấ. Aber mir ist glaub ich deinen Scheferschmer in Stad 충 č price. Und dann wirklich d'rerücken. Ich wurde sowohl den Viper. Ich war ja nicht zur kickur erging. Aber ich hoffe natürlich auch, dass es euch gefällt. Ich schau mal kurz. Okay, ich würde sagen, wir beenden das Video dann erstmal an dieser Stelle. Denn ich will das Video ja heute noch für euch hochladen. Und da es auch noch eine Weile braucht, um mal zu exportieren. Ja, lassen wir es heute erstmal dabei. Weil wir sind auch schon bei 20 Minuten, wenn ich es richtig gesehen habe. Also, wie gesagt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, welcher Trigger euch am besten gefallen hat. Und ich glaube, meine Favoriten waren tatsächlich die Gabeln, diese Hexenbesen und diese Lockenwickler. Also, Mensch, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Genau. Ich fand natürlich alle geil, aber das waren so meine Favoriten, meine spitzen Favoriten. Genau. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute, 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 gute Nacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye. 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 Vielen Dank.